Hallihallo liebe Freunde, ich bin's Wille, der Bernd und es geht weiter mit einer neuen Folge von Road to Gold. Es gab viele Neuerungen, beispielsweise hat die Vorsaison aufgehört. Ihr könnt es hier rechts lesen, Saison 1 beginnt. Jetzt wurden nämlich verschiedenste Divisions eingerichtet, beispielsweise Bronze 1, Bronze 2, Bronze 3, Silber 1, Silber 2, Silber 3, Gold. Und die höchste ist Platin. Das heißt, im Endeffekt machen wir jetzt Road to Platin. Ja, schauen mal, inwieweit da jetzt ein Rank bei mir vorhanden ist. Wir gucken nach 81 eigentlichen Punkten, wir sind ranglos, nein. Das heißt, für mich heißt es, das erste Match geht jetzt darum, beziehungsweise die ersten Matches gehen darum, über 100 Punkte zu kommen, um in Bronze 1 zu sein. Also Leute, seid dabei, let's do this. Okay, komm, ey, das ist jetzt Motivation, das ist jetzt Motivation. Ordentlich Gas geben, ey, alle Punkte wurden mir geklaut. Das kann nicht wahr sein. Ihr steht's bis hier. Jetzt zeige ich den Leuten mal, wie der Hase läuft. Hier, Bams, Valera. Da ist auch schon der Gegner. Come on jetzt, Leute. Einmal dabei sein. Daumen drücken jetzt. Mongo Face, Collage. Collage. Ich meine, lang. Hör mal. So, gleich drauf. Wird gar nicht diskutiert. Gleich drauf schlenzen. Zack. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Ah, am Tor vorbei. So, direkt vor's Tor gespielt. Boom. 1-0. Zack, Freunde. So schnell kann's gehen. Erst rein, das Ding. Reingezwirbelt. Das ist ja unfassbar hier. Ah, durchgesetzt. Da ist er aber auch an mir vorbeigesprungen. Da muss man auch sagen, unglücklich gelaufen. Da macht... Aber wenn so ein Ding vor die Nase spielt, da darfst du dich nicht wundern. Okay, da hat er mich erst mal. Ich fahr mal nach hinten. Ich mach mal einen Defensiven. Erst mal einen Defensiven. So. Und... Der geht nach vorne, aber mit Krawall. Kommt er nicht ran. Den nehm ich mit. So, schön im Strafraum. Wir befinden uns im Strafraum. Ha! Verkackt. Leute. Das war nicht gut. Oh, ich mach einen Eingang. Boah. Nein, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich spiele den Ball dem Gegner direkt vor die Flinte. Und er muss nichts anderes machen, als ihn einzunicken. Himmel, Arsch und Zwirn, Freunde. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns jetzt konzentrieren hier. Ordentlich drauf scheppern auf den Ball. So, erst mal weg. Dann mach gleich das nächste Tor. Fuck, Mann! Komm jetzt, Leute! Das darf uns nicht passieren. Ich bin da nämlich am Start einen Ticken zu spät gesprungen, glaube ich. So, jetzt hab ich den Ball. Und ich mach nur Müll mit dem Ball. Ich mach nur Müll mit dem Ball. Ich muss den jetzt unter Kontrolle bringen. Dann rein. Ach, den hat er. So. Erst mal Boost. Und dann geht's jetzt Richtung Tor. So. Alles klar. Mein Rinderding, Freunde! Ausgespielt. Und dann reingemacht. 2-2. Ganz, ganz wichtiges Tor. Schaut euch das an. Da war er schon geschlagen. Ich musste ihn nur noch reinmachen. Wichtiges Ding. Bumsfalle, Rad. 2-2. So. 3 Minuten 50 noch zu spielen. Ich muss jetzt locker werden. Ich muss hier den ganzen Stress beiseite legen. Ja. Und jetzt die Levan. Vor das Ding. Gutes Teil. Gutes Teil. Er geht vorbei. Er geht vorbei. Und? Ich mach ihn nicht rein. Er hat mich zerbumst. Himmelarch. Himmelarch. Und zwar. So. Erst mal abgewehrt. Das war nix. Scheiben. Kleister. Der war ja richtig erbärmlich. So. Weg mit dem Ding. Ganz klar. Oh nein. Er hat mich schon wieder ausgespielt. Abgewehrt. Direkt vor der Flinte. Direkt bevor er abdrücken wollte, Freunde. Ganz klar. Jetzt. Machen wir hier keine Geschenke mehr. Keine Geschenke mehr. Das Ding bringe ich. Uh. Das hätte man auch besser machen können. Besser machen müssen. Aber ihm vor der Schippe gesprungen in den Ball. Ganz wichtig jetzt. Im Tor aufpassen. Jetzt muss alles stimmen. Jetzt muss alles stimmen. Abwehren. Und jetzt nach vorne. Jetzt ist er erstmal. Jetzt muss er sich erstmal umdrehen. Klar. An ihm vorbei. In den Boost. Und das Ding jetzt vor das Tor bringen. Bam. Und. Gehrehen. Tor. 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 Leute. Das ist wichtig. 3-2. Da ist der Hattrick. Ganz klar. Und da macht er das Ding. Oh. Den hätte ich noch schneller reinschepern können. Das ist aber wichtig, dass wir jetzt wieder in Führung gehen. Leute. Das ist ein spannendes Match. Wir sind hier noch unranked. Wie kann das denn sein, dass hier die Intensivität schon so am kochen ist? Oh, da habe ich Glück gehabt, dass er sich verschätzt hat, sonst hätte ich das 3-3 gehagelt So, da muss ich jetzt beigehen So, und gleich weiter mitnehmen, an ihm vorbei Oh, oh An ihm vorbei, Tor Okay, da hat er mir mitgeholfen, ich sage Muchas gracias, vielen Dank Aber man muss den Gegner natürlich auch, man muss ihn zu den Gegnern Man muss ihn zu den Fehlern zwingen, den Gegner Ich sage es immer wieder, nicht nur hier Hier, da ist wichtig Taktisch vorgehen Aber noch ist der Drops lange nicht gelutscht, Freunde Zwei Tore Vorsprung Kann ihn Rocket League Alles, alles noch durcheinander bringen Vor allem darf man sich nicht zu sicher fühlen So, erstmal an ihm vorbei Alles klar, nach vorne, wir müssen den Bruce jetzt mitnehmen So, jetzt spielen wir den wieder schön hoch Oh, oh ist das lecker Und er ist drehen, Freunde Fünf, zwei, zwei Über die Außenbahn wird er angegriffen Da seht ihr es nochmal, Außenbahn Eigen vorgelegt Er kommt nicht ran Muss abbrechen Und ich flatter ihm rein Das Ding Da dreht sich das Teil So muss das sein Fünf, zwei, drei Tore Vorsprung Das sieht doch schon mal ganz gut aus Weiter geht's Ordentlich Jetzt gegenbumsen gegen den Ball Eija, da ist er in meiner Hälfte Da ist er in meiner Hälfte Da geht er mir vor's Tor Da muss ich jetzt aufpassen Ja, 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 ja Kommt er nicht ran Kommt er nicht ran So, den spielt er sich selber vor Das ist nicht gut Also für mich ist das natürlich klasse Boom Ah, verstehe Verstehe Jetzt muss ich aber ganz fix dahinten Ja, er versucht denselben Trick Den ich auch immer mache Aber nicht mit mir, Kollege Den hab ich doch empfunden, ey Na gut, ist natürlich Quatsch Aber Aber trotzdem Nicht mit mir So, er ist vorbei Und aufs Tor, das Ding Ah, geht leider vorbei Er wehrt ihn auch noch ab Ich hüpp da jetzt hin Ah Bin vorbei Jetzt muss ich agieren Jetzt muss ich handeln Oh Ihn erst mal wegbumsen So, er ist weggebumst Das heißt, ich fahre jetzt aus seinem Tor Ganz gemütlich Oh, Scheibenkleister Ah Jetzt greift er nämlich nochmal an, Freunde Jetzt muss ich hier rangehen Ja Abgewehrt So, jetzt schnell ein Boost Hatte lange Zeit keinen Boost Das war nicht gut Oh, er bringt ihn Und weg das Ding Rückwärts Zack Und jetzt nach vorne Jetzt wird hier gar nicht mehr diskutiert Jetzt wird hier überhaupt nicht mehr diskutiert Bumm Oh, aber der kommt Der kommt Direkt muss Oh Goal, 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 Goal 6 zu 2 So einfach ist es Da wird aufgegeben Oh, da sehen wir auch Die Punkte gehen hoch Sieben Ranglisten Punkte habe ich bekommen, Leute 88 Punkte habe ich jetzt Geile Ding Ja, was soll ich sagen? Freunde Geil 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 Ich bin wieder auf der Siegestraße So muss das sein 88 Punkte Haben wir jetzt am Start Und im nächsten Match Schauen wir dann mal Äh Ob wir vielleicht es mit dem nächsten Sieg Hoffentlich Äh Schon Zu Bronze Eins schaffen Also Leute Vielen Dank Dass ihr dabei wart Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und ich sag Servus Die Wade Tschüss Tschüss